Ich begrüße euch zu unserem nächsten kleinen prophetischen Update. Ich habe hier eine kleine Serie von Eindrücken, von Bildern, die Gott mir gegeben hat, jetzt über die letzten Jahre. Und eines dieser Bilder war, dass ein Tisch, der gut gedeckt war, der wurde wieder abgeräumt. Und ich dachte mir, ja, was hat das zu bedeuten? Und ich denke, dass es das bedeutet. Wir haben ja Zeiten gehabt, in denen haben wir geistlich gesehen, in Deutschland zumindest, wirklich wenig gehabt. Es war irgendwie auch Sparflamme, das geistliche Leben. Es gab nicht so viel. Aber dann kam die Zeit, wo auf einmal sehr viel kam. Es wurden viele Bücher geschrieben und es kamen viele Kassetten und viele Serien. Und es wurden viele Lehren, wurden also neu gelehrt und neu aufgelegt. Und wir konnten auf einmal auf viel, viel mehr Material zurückgreifen. Der fünffältige Dienst wurde wieder hergestellt. Der Lehrer kam irgendwie wieder, was man gar nicht mehr hatte. Die Propheten kamen wieder und das Apostolische kommt wieder und die Evangelisten. Und wir haben sowas erlebt, wie einen Reinhard Bonke, der da also als auch deutscher Missionar in Afrika, also Versammlungen mit Hunderttausenden von Leuten, also etwas, was man überhaupt noch nie gesehen hat in diesen Ausmaßen. Ja, solche Dinge sind gekommen und ja, das alles hat die Gemeinde natürlich beschäftigt. Und es kam eigentlich, es kam eine Fülle. Es kam eine Fülle mit dem Internet. Natürlich haben wir dann Zugang bekommen zu allen Lehrern dieser Welt, zu allen Diensten, zu allen wunderbaren Crusades und wunderbaren Veranstaltungen von Evangelisten und von Lehrern und von Propheten und von Aposteln. Und wir haben auf einmal entdeckt, ja, was es also alles gibt. Das ist ja überraschend und das haben wir ja gar nicht gewusst. Aber jetzt haben wir da uns einschreiben können per Internet in Schulen und Schulungen und konnten also, können alles finden und können zu jedem Thema. Gibt es also da etwas, was wir, was wir da im Internet finden und uns runterladen können und studieren können und eigentlich hat damit der Pastor sein Lehrmonopol verloren. Denn jeder Gläubige, jeder Christ, der kann eigentlich auf Knopfdruck sich wirklich in jedes Thema reinknien und er kann in den Dingen nach kurzer Zeit viel mehr wissen als vielleicht sein Pastor, der vor 20 Jahren mal Theologie studiert hat. Das ist so, das Wissen und die Dinge wurden reich und sozusagen der Tisch wurde immer voller wirklich, also über alles und jedes Thema wurde aufgedeckt und wir konnten also hier jetzt nehmen von allen Seiten, konnten wir sozusagen die Speise, die geistliche Speise, konnten wir jetzt bekommen. Es war kein Mangel mehr da, es war auf einmal die Fülle da. Na ja, mit dieser Fülle natürlich kommen ganz neue Fragen, sind ganz neue Fragen auf uns zugekommen. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben eigentlich nur gelernt, mit dem Mangel umzugehen und damit irgendwie zu leben, dass es dann hinten und vorne fehlt. Aber jetzt auf einmal fehlt es nicht mehr. Jetzt auf einmal haben wir Zugang zu allem und wir können wirklich uns die dollsten predigen, die dollsten Veranstaltungen, wir können uns das Allerbeste aus aller Welt einfach auf Knopfdruck kommt das zu uns nach Hause auf dem Bildschirm, also sagenhaft. Ja, man kann sich an diesem vielen auch überfressen und man geht da von einer wunderbaren Teaching zum nächsten und aber da kommen ständig neue und immer hinterher und immer nach und man kann schon wirklich Gottes eigene persönliche Führung aus den Augen verlieren über all diesen vielen neuen wunderbaren Inputs und Infos, die wir da bekommen. Und jetzt aber in diesem Bild war jetzt dieser vollgelagene Tisch mit den vielen Speisen, ja, die wurden jetzt peu à peu wieder abgeräumt und ich dachte mir, oh, oh ja, also jetzt müssen wir uns mal überlegen, ja, was von diesem vielen, was wir jetzt alles kosten durften, was wir alles jetzt mal sehen konnten und hören konnten und erleben konnten, was von diesem werden wir jetzt behalten, was davon wird jetzt unsere Speise. Es ist ja in der Bibel gibt es dieses Gleichnis von der Perle, ein Mann suchte Perlen und dann hat er ja, dann hat er diesen Acker gefunden oder er hat irgendwie diese kostbare Perle gefunden, wovon er wusste, das ist die eine Perle, das ist die Perle der Perlen und dann hat er alles verkauft, was er hat mit Freude, steht da mit Freude, hat er alles verkauft, was er hatte und kaufte diese Perle. Das andere Bild ist der Schatz im Acker, dass jemand also einen Schatz findet in einem Acker und dann wiederum auch er verkauft alles, was er hat, kauft diesen Acker, weil er weiß, da ist ja der Schatz drin und dann, das heißt irgendwie hier wird das viele aufgegeben, hier wird das viele wieder sortiert und vieles wird wieder weggenommen, damit das eine, die eine Perle, die kostbare Perle, der Schatz im Acker, damit dieses eine auch wirklich, auch wirklich erworben wird, gewonnen wird, damit das eine wirklich ausgegraben wird und wirklich, ja, als der Schatz erkannt wird, der das ist. Und so merke ich, dass im Moment auch bei vielen Christen wird dieses viele wieder reduziert, das viele, was auf ihrem Tisch ist, geistlich gesehen, wird wieder abgeräumt, sie können doch schnell was nehmen, aber dann irgendwie, ja, wird es wieder reduziert. Und das muss ja auch so sein, denke ich, dass wir uns nicht verlieren an das viele und überfressen an dem vielen, sondern dass wir nun dann auch wieder zu einer Klarheit kommen, ja, was ist die Perle, was ist der Schatz, was ist das eine, was ich in meinem Leben wirklich auch hervorbringen kann, was ist das, was ich kultivieren kann, was ist das, was in meinem Leben wirklich Gestalt gewinnen kann und durch mein Gebet, durch meinen Dienst wirklich hervorkommen kann. Und so braucht es wieder eine Reduktion, die findet statt im Moment meiner Meinung nach. Wir haben einen Punkt der Sättigung erreicht. Wir haben jetzt vieles gesehen und gehört und vieles gelesen. Und der Büchermarkt, auch der christliche fließt über, also es ist alles so viel, dass man ja schon nicht mehr weiß, wo man da anfangen und aufhören soll. Und zu jedem Thema gibt es so vieles. Und es ist auch okay, dass wir das alles mal wirklich sehen und erfahren können und mal lesen können und mal auch die Zeugnisse hören von Menschen, die vieles erlebt haben, auch mit dem Himmel, auch mit der Hölle, auch mit den Engeln, auch mit den Dämonen. Ja, wir haben das jetzt, haben das jetzt also uns zu Gemüte geführt und jetzt wieder wird der Tisch abgeräumt. Das mag uns ja entsetzen oder auch nicht, aber es wird wieder abgeräumt und es kommt wieder zurück auf weniges Zentrales, was wir nun wirklich, wovon wir wirklich leben, was wir jetzt essen, was wir jetzt verstoffwechseln, was wir jetzt wirklich in uns aufnehmen, in uns tragen und was auch durch unser Leben jetzt hervorkommen kann. Ja, das finde ich sehr zu bedenken und ihr könnt mal sehen, wie es in eurem eigenen Leben aussieht. Nicht jede Reduktion, die stattfindet, ist der Feind oder ist der Teufel, der uns bestiehlt, der uns jetzt die Dinge wegnimmt. Es kann auch sein, dass Gott den Tisch und das viele wieder abräumt und die Fete ist vorbei und wir werden uns wieder beschränken müssen. Und das ist auch richtig so und das muss auch so sein. Und jetzt geht es darum, ja, was von dem vielen ist wirklich unseres, ist wirklich das, was wir hier verstoffwechseln und was wir tatsächlich jetzt leben. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.